Ready? Nee. Okay. Hallo und ganz herzlich willkommen zu einem weiteren Video von uns beiden auf diesem Kanal, kann man eigentlich schon sagen. In diesem Video seht ihr eigentlich mal Tobis Entwicklung, wie er anfängt zu reiten. Mhm, ganz genau. So meine Lieben, herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier bei mir auf dem Kanal. Nein, Spaß. Bei Julia auf dem Kanal. Heute steht sie nicht mal vor der Kamera, sondern ich. Ähm, wie sie ja schon bereits in der Story vor, ich glaube jetzt zwei Monaten oder sowas, erwähnt hatte. Ähm, ja, nicht wundern, Julia steht heute mal hinter der Kamera. I'm sorry. Ähm, ja, nee, also pass auf. Wir haben heute uns gedacht, wir schließen jetzt einfach mal diese Lektion von dem Video halt eben ab. Tobi lernt reiten. Ähm, und ja, heute haben wir auch die Möglichkeit, da mal ein paar Aufnahmen von mir zu machen. Weil die letzten Male ging das immer nur auf dem Stativ und das sieht halt ein bisschen lame aus. Und deswegen ist Julia heute hinter der Kamera, die filmt mich heute mal. Und da würde ich sagen, holen wir uns jetzt den kleinen Heinzi. Und ähm, fangen dann auch gleich schon an, bevor es jetzt, ja, anfängt zu regnen. Let's go. So, die erste Frage ist, ähm, was auch bestimmt viele interessiert, wie kam ich überhaupt zu dem Ganzen, dass ich, ähm, schlussendlich gesagt habe, so, hey, ich habe Bock, ähm, reiten zu lernen oder dass mir das jemand beibringt. Und zwar, ich war ja immer mit, ähm, Julia jetzt am Stall. So, und, ähm, sie war, äh, oder sie hat dann immer oder sie ist dann immer geritten. Und ich habe mir halt gedacht, so, hey, so schwierig kann das doch eigentlich gar nicht sein. Also, mein erster Gedanke, als mir Tobi davon erzählt hat, dass er reiten will, daran kann ich mich ehrlich gesagt nicht mehr daran erinnern. Ich habe, wie gesagt, ein leichtes Kurzzeitgedächtnis gefühlt. Ähm, aber ich glaube, ich habe es einfach gefeiert und fand es mega cool, dass wir jetzt unsere Leidenschaft teilen und einfach öfters am Stall sein werden. Und, ja, ich glaube, das war so mein erster Gedanke daran. So, und ich bin halt einer, ich sammle halt sehr, sehr gerne Erfahrungen und probiere halt viel aus, bevor ich mir da eine Meinung bilde, habe ich zwar schon gemacht, dann dachten wir halt auch so, ja, das kann doch nicht so anstrengend sein. Ja, und dann hat Julia gesagt, so, hey, lass doch einfach eine Challenge draus machen. Jetzt für YouTube, vielleicht noch als paar Instagram-Stories, je nachdem. Ähm, Tobi lernt innerhalb von drei Wochen reiten. Bei Tobis ersten Kontakt mit seinen Pferden, beziehungsweise eigentlich der erste Kontakt war mit Lady, da habe ich Tobi eigentlich relativ ängstlich und auch in Anführungszeichen schüchtern wahrgenommen. Also, er hat sich eigentlich kaum getraut, Lady anzufassen und er hatte mega Respekt vor ihr. Einfach vor ihrer Größe, was ich eigentlich im Nachhinein gar nicht so verstehe, weil vor Rumi war das dann gar kein Problem. Klappt's? Ja. Vor allem ist es so lustig, mal einfach jetzt selber wieder vor der Kamera zu sein, weil normalerweise bin ich immer hinter der Kamera und es ist jetzt auch immer ganz cool zu sehen, wie sowas aussieht, wenn einer spricht und einer die ganze Zeit mit der Kamera hinterherläuft. Ich bin mal gespannt auf das Endergebnis. Läuft die Kamera überhaupt? Ja. Sehr gut. Ähm, warte, was ist von ihm das Ding da? Ja. Easy. Vor allem, was mich mal interessieren würde, das könnt ihr gerne mal unten in die Kommentare reinschreiben, in welcher Zeit ihr so das Reiten gelernt habt, wo ihr sagt, ähm, ja, da konnte ich es eigentlich ganz gut. Also bei mir, wo ich jetzt sagen konnte, okay, einigermaßen konnte ich gut reiten, oder was heißt gut, waren jetzt glaube ich, wie viel? Vier Reitstunden? Fünf? Sowas, gell? Ach, Heinz, jetzt bleib hier, komm. Hey. An Tobis erste Reitstunde kann ich mich ehrlich gesagt auch nicht mehr ganz erinnern, denn ich habe davor mit Rumi gearbeitet, beziehungsweise währenddessen gearbeitet und dann eigentlich nur noch am Ende zugeschaut. Ich glaube, das sieht man auch im Video, wie ich im Hintergrund mit Rumi da so ein bisschen ein paar Rallye mache. Auf jeden Fall fand ich eigentlich, dass Tobi das ganz gut gemacht hat, so abgesehen von seinem Sitz. Also er war so recht weit so nach hinten gelehnt, so die Beine relativ weit vorne, aber an sich finde ich, hat er eigentlich das Tempo, beziehungsweise, ja, saß eigentlich echt gut im Sattel, hätte ich echt nicht gedacht. Es war wirklich sehr, sehr ungewohnt in diesem Sitz oder auf dem Sattel halt zu hocken. Ich kannte sowas noch nicht, aber muss dennoch sagen, dass es ja relativ gut war für den Anfang in meinen Augen und das Lustige war, das habt ihr jetzt auch in dem Video gesehen oder werdet ihr jetzt gleich sehen, dass er an dieser Stelle einmal komplett in Galopp geht und ich habe dann halt danach, als Anna das Pferd beruhigt hat, habe ich halt gefragt, hey, was ist deine Schnellste? Und sie so, ja, das hast du gerade gemacht und ich so, boah, voll geil. Also ich bin halt generell jetzt so, ja, nach acht Reitstunden ein Fan von, ja, dem schnellen Reiten, sage ich jetzt mal, irgendwie reizt mich das mehr. Genau, und bei den anderen Reitstunden war Julia ja gar nicht dabei. Deswegen möchte ich euch einfach so mal ein bisschen so meine Eindrücke erzählen. Also es war eher so ein Hoch und Tief, gab es da viele. Einmal war der Sitz gut, beim nächsten Mal war er denn scheiße, dann haben andere Sachen gut geklappt und ich glaube, das kennt der eine oder andere, der sich für Pferde halt eben interessiert, kennt das halt auch ganz gut so. Ja, nichtsdestotrotz habe ich dann halt wirklich versucht, daran zu arbeiten und dann kam halt diese lange Pause. Also Julia hat mir gerade gesagt, der Fokus verkackt gerade immer. Ich glaube, das war jetzt heute auch das letzte Video von mir, wo ich rede, weil ich glaube, ich kümmere mich dann das nächste Mal noch einfach mal um die Kamera. So geil. Bei der letzten Reitstunde jetzt, wo ihr gerade am Ende gesehen habt, war ich von Anfang an dabei. Das war eigentlich sozusagen die erste Reitstunde, wo ich komplett dabei war und eigentlich die ganze Zeit auch gefilmt habe. Da ist mir aufgefallen, dass eben Tobi Heinzi von der Weide geholt hat und sich da einfach noch nicht so gut durchgesetzt hat, wie er das normalerweise eigentlich gemacht hat. Okay, Lehrmeister, was soll ich machen? Durchs! Weshalb das auch beim ersten Mal Longieren, wie er gesehen hat, nicht ganz so rosig geklappt hat, weil Heinzi ihn einfach nicht so ernst genommen hat. Was mir auch eben dieses Mal klar geworden ist, beziehungsweise was ich wahrgenommen habe, ist, dass Tobi total vergessen hat, welche Bürsten so als erstes kommen, welche danach, eben weil einfach eine längere Pause dazwischen lag. Also ich muss sagen, also Heinzi ist ja von Natur aus echt ein ganz aufgeweckter und den hier ein bisschen im Schach zu halten, ist schon ein bisschen schwieriger. Ne, ich habe jetzt so die Schritte, die man eigentlich anscheinend irgendwie macht, die habe ich jetzt irgendwie mal gemacht und jetzt danach nur noch Hufe und dann wird auch gleich aufgesattelt. Komm her. Komm her, komm zu mir. Super. Das da unten ist privat, ja? So, ich habe jetzt den schönsten Helm, wo ich einen Grämmer gefunden habe, auf. Den Militärhelm. Oh, es fängt voll an zu regnen. Richtig geil. Ja, wir gehen jetzt noch ein bisschen arbeiten, so auf der Wiese und Julia nimmt euch mit. So, die letzte Reitstunde war, glaube ich, mit Abstand so die beste Reitstunde, die ich bis jetzt hatte. Das hat Julia euch auch gerade auch gesagt. Anscheinend, ich habe es jetzt nicht gesehen, hat sich mein Sitz extrem verbessert. Ich hatte aber auch echt das Gefühl, ich hatte Heinzi so voll unter Kontrolle, also beim Reiten. Also ich konnte ihn wirklich genau da hinlenken, eben wo ich wollte. Das war jetzt in den Reitstunden davor halt eben nicht so der Fall. Also ich gebe euch mal ein kleines Feedback. Ich habe ihn jetzt gerade mal ablongiert. Warum das ab- und nicht anlongieren heißt, bevor man reitet, verstehe ich jetzt zum Beispiel auch nicht. Erstmal Respekt an die Leute, die das eine Stunde machen können. Mir ist so schwindlig gewesen. Und jetzt auch so ein bisschen übel. Und wahrscheinlich vielleicht deswegen oder so, wo ich es danach gar nicht geballert habe, dass er einen anderen Gang gelaufen ist, als ich eigentlich wollte. Wenn mir so schwindlig war. Aber egal. Jetzt geht es gleich ans Reiten. Ich bin mal gespannt, wie das klappt. Also da bin ich auf jeden Fall positiver. Weil das kenne ich schon. Das habe ich jetzt das erste Mal gemacht hier. Ja, genau. Dann würde ich sagen, sie macht jetzt mal die Kamera aus. Weil die filmt heute wie ein Weltmeister. Und ja, sonst fand ich beim Reiten hat er das mega gut gemacht. Das war voll der Fortschritt so zu den letzten Reitstunden. Der hatte einen Hammersitz. Der saß die ganze Zeit gerade. Und hat seinen Sitz komplett verbessert. So von 0 auf 100. Obwohl eigentlich echt eine Pause dazwischen lag. Deswegen bin ich echt stolz, wie er das Ganze gemeistert hat. Und bin gespannt, wie es so weiterklappt oder weiterläuft. Einfach versucht, bei allen Hilfen, die ich gelernt habe, zusammen einzusetzen. Also nicht immer mal nur die da machen, dann nur die. Sondern halt mal versucht, alle gemeinsam zu verwenden, sage ich jetzt mal. Und das Ganze hat dann meinen Kopf sehr beansprucht. Sodass ich wirklich sehr schnell fix und fertig war, kann man sagen. Also ich hatte 20 Minuten da die Reitstunde mit Slalom und so weiter. Und das war ultra anstrengend, mich da so krass zu konzentrieren. Aber hat in dem Fall ganz gut geklappt, wenn man sich konzentriert. Und genau. Unsere Zukunftsaussichten, beziehungsweise Tobis Zukunftsaussichten sind eigentlich, dass er jetzt am Ball bleibt und regelmäßig Reitstunden nimmt. Und unser Plan ist auf jeden Fall, dass wir unseren ersten gemeinsamen Ausritt demnächst haben werden und den vielleicht auch mitnehmen, beziehungsweise euch mitnehmen und den sozusagen auch für euch filmen und festhalten.